Hey Leute und willkommen zu einer Folge aus der Wildnis hier. Ich mache mal einen Vlog, dachte ich mir so, weil mein Boot ist halt kaputt gegangen und dann bin ich hier an Land geschwommen. Und ich wurde direkt hier von so Dinos begrüßt und ich weiß gar nicht, was abgeht. Das erinnert mich gerade richtig an Jurassic Park und das ist jetzt einfach so in meinem Leben und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss mich jetzt hier alleine durchschlagen und mein einziges Ziel ist es zu überleben. Und ja, damit fangen wir direkt an Leute. Das Sinnvollste wäre es glaube ich erstmal, wenn wir ein bisschen Holz bekommen, weil mit Holz kann man ziemlich viel machen. Deswegen würde ich sagen, bauen wir einfach mal hier, hauen wir mal gegen den Baum und gucken, ob wir den gefällt bekommen. Ja, es geht schon mal gut voran. Ja, komm, Boxing kaputt. Es tut natürlich jetzt gerade auch meinen Händen weh. Warum ist da gerade, warum ist da gerade ein Stein kaputt gegangen? Das müssen wir herausfinden, Leute. Hallo? Ist hier etwas? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal zwischen... Was liegt hier? Hier liegt... Hier liegen... Hilfe! Ich bin an der Oberfläche. Endlich. Was ist es? Es heißt Tobi. Tobi? Kannst du sprechen? Nein. Hallo? Alles klar, Leute. Wir müssen uns jetzt auch nicht alleine hier durchschlagen. Denn der Tobi ist mit dabei und wie ihr schon gesehen habt, spielen wir zusammen Arx Survival Evolved. Wer das Spiel nicht kennt, das ist ein Spiel. Wer das Spiel nicht kennt, das ist ein Spiel. Ein Open World Game und das Ziel ist einfach zu überleben und das Ganze wird durch die Anwesenheit von verschiedenen Dinosauriern erschwert. Das war jetzt einfach und kurz und knackig erklärt. Aber es stimmte, mein Lieber. Genau. So. Tobi und ich haben natürlich schon ein bisschen so privat gespielt. Und bevor wir jetzt hier anfangen aufzunehmen, haben wir uns natürlich schon so eine kleine Taktik ausgedacht. Weil es ist ziemlich schwer am Anfang hier zu überleben. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich hochleveln auf Level 5. um dann eine Schleuder zu bekommen. Weil mit Schleudern kann man halt Dinos betäuben, um die dann zu zähmen. Und äh... Ja, das wollen wir dann machen, damit wir einen Beschützer haben. Aber erstmal brauchen wir natürlich ein Haus. Aha. Ja, das... Ich hab drauf gewahrt. Dadurch levelt man ja schnell ab. Ich hab Axt und Campfeuer gelangen. Sehr gut, ich erinnere richtig viele Beeren gerade. Einfach, weil ich kann. Ähm... Äh... Tobi ist so ein... Ich lerne mal Speer. Was für ein Vieh? Oh, ein... Dimore irgendwas. Ekelvieh. Greift es dich an? Nein, aber es wird mich angreifen und es ist böse. Das kennst du noch. Dieser Giftspucker? Nein, der Fliegende. Ah, nein, es wird dich nicht angreifen, weil... Das greift dich nur an, wenn du dich... Wenn du das angreifst. Ja, das hab ich doch gerade gesagt. Hättest du mir zugehört. Achso. Ähm... Ich mach mal zwei Speere, ne? Kann ich nicht, weil ich brauche Wood und Flint. Aber ich mach mir erst mal ne Spitzacke. Finde ich gut. Finde ich auch spitze. Kannst du mir eine Axt machen? Oder Hals geben oder so? Ja, wenn ich hier... Warte. Da greife ich da auch mal zu für ein bisschen Flint. So. Also Leute, ihr seht schon, es ist halt... So wie Minecraft. Sehr realistisch. Man geht durch die Gegend und sammelt Sachen. Und äh, daraus musst du sich halt andere Sachen zusammen craften, die man halt vorher lernen muss. Durch Upläumen. Ja. Ja, nicht. Wow. Sondern lass jetzt mal schnell... Danke. Ja, wir machen erst einen Speer hier bitte. Zwei schwere. Achso, ich brauche noch Wood dafür. Ich hol's mir. Also ich dachte, du hättest jetzt schon einen Speer für mich. Ja, aber... Nur einen. Jetzt mach ich noch den anderen. Weil ich möchte mich auch verteidigen können. So, hier ist schon mal deiner. Und ähm... Schön. Dann geht's auch los, Leute. Wir haben schon mal den Fehler gemacht, am Strand zu wohnen. Ähm, ist eine miese Geschichte. Wenn Dinos kommen. Weil dann kann man nicht weg. Und man kann halt nicht sein Haus quasi zurückerobern, wenn die da bleiben. Deswegen... Äh... Gehen wir jetzt einfach mal hier rein, würde ich sagen. In den... In den Wald, ne? Äh... Oder nicht? Ja. Ja, ja. Weil... Wir es können. So. Okay. Ich hab auch schon eine Fackel gemacht. Ich weiß noch nicht, wie viel ich cutte und ob ich es cutte. Deswegen... Wir reden einfach weiter, Tobi, als wenn wir aufnehmen würden. Haha. Weil wir aufnehmen. Loll. Loll. Ich sag immer die ganze Zeit Sachen. Ich bin schon wieder ein Level up. Nice. Ähm... Du folgst mir, ne? Ich bin quasi direkt in meinem Arsch. Das ist sehr gut. Ähm... Das ist unbeklass, dass du das sehr gut findest. Wir sind voll viele Steine. Möchten wir uns mal unseren Weg durcharbeiten? Also dann meinte ich jetzt nicht die Steine abbauen. Einfach mal hier durch. Gehen wir mal hier lang. Ich hab keine Ahnung, wo wir beziehen. Ein bisschen da lang. Ja, genau. Wir suchen uns halt eine schöne Fläche. Oh, guck mal. Was ist das denn hier? Wow. Ähm... Bitte nicht runterfallen. Komm, wir gehen da runter. Das ist so eine Schneise. Dann müssen wir wieder zurück ein bisschen. Sammeln nebenbei immer Sachen, ne? Das ist wichtig. Tobi, hältst du mich für so einen blutigen Flow? Ja, das sind, äh... Ark Survival Prophys. Oh, da sind Dodos. Sollen wir uns einen Dodo zähmen? Ne, ne? Nein. Ich nehm den linken. Den könnten wir als Kühlschrank benutzen. Hä? Damit die Sachen da drin spoilen ja nicht so schnell. Wow, zwei Raw Meat. Den hätten wir echt besser gezähmen. Ich hab drei. Ne, zwei hab ich. Ich glaube, da... Ähm, hier. Da unten ist so eine Schildkulture. Tobi, äh, naja, lass uns erst mal... Okay. Hier, guck mal. Obwohl, lass uns... Ne, lass erst mal bauen. Erst mal bauen. Erst mal bauen. Ah ja, durchbauen... Wir brauchen erst mal ein Bett, bevor wir uns auch ein Dino zählen. Ja, das... Dino... Dino zählen also? Oh Gott, standpult. Wow. Wo bist du? Ähm, hier. Bei dir. Wir wollten noch in die Schneise rein. Ist die Schneise hier? Die Schneise, die war weiter links. Hier, komm mal mit. Moment, ich will hier hoch. Ich komm da nicht hoch. Ich bin zu fett. Ich find die Schneise halt nicht, ne? Die, in die wir gerade rein... Hier, komm. Ja, ja, ich hab's, glaub ich. Ja, da wollte ich lang. Alter, hier ist richtiger Märchenwald. Ja, wie das glitzert. Richtig krank. Das ist echt so. Und hier ist eine Pfütze. Das könnte natürlich auch das Zeichen eines großen Dinos sein, der sich hier lang schlägt. Nein, Alter, was ist das? Warte, warte, ich muss die Teile an. Äh, ausruhen. Das sieht voll mystisch aus. Oh, hier fließt so ein Vieh. Oh, nee. Ich mag die nicht, Tobi. Die kann man so schlecht treffen. Welche sind das? Ja, diese Libellen. Aber es ist nur eine, oder? Wo denn? Komm, wir gehen mal ganz schnell dran vorbei. Nee, nee, lass mich mal. Lass mich mal. Wow. Nice. Warte mal, bleib mal stehen. Warum denn? Doch, bleib einfach stehen. Vertrauen. Nein, ich geh weg. Nein, bitte, Torben. Doch, ich geh an den Busch. Und hab Beeren geerntet. Tobi, beeil dich bitte. Ja, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich brauch dich. Wofür? Ach so, für die Tribe. Da bin ich. Denk dran, ich will coolen. Hast du gemacht? Ja. Oh, hier sind ganz viele. Oh, scheiße. Ich hab Hunger und muss trinken. Ähm. Okay, hier sind noch mehr von den Viechern. Ja, wollen wir die Klappe machen? Nee, lass dran vorbeigehen. Oh, gut. Hier ist auch noch so ein Fliegefiel. Pass auf, dass du nicht in die Luft schlägst. Sonst triffst du den hinterher noch. Ähm, hier ist jetzt ein Ausgang. Auf jeden Fall. Und wir sind schon mal ge... Mann, Torben, du hast einen Zerpfeind, eine richtige Scheiße. Loy. Äh, warte, was ist das? Das sieht so aus wie so ein Affe. Kennst du die? Affen kenn ich, ja. Hab ich noch was von gehört. Giganto-Pi... Nee, man kann ihn sogar füttern, aber er ist ab Level 3. Mann, Torben, Alter. Alter, du hast uns ja vielleicht vollkommen in nichts geführt. Junge, nein, zieh das mal rein hier. Ja, ja, lo, Alter, ist ein Seehund. Ja, aber guck doch mal. Warte, ist das ein Tal? Ja, guck doch mal, wie das von den Klippen begrenzt ist. Du bist so ein Spastien. Loy. Hier sind voll viele von diesen Affen. Und da hinten ist ein Fleischrösser. Attacke. Nee, Moment. Nee, die könnten wir auch zähmen. Die könnten wir auch zähmen hinterher. Nein, wo? Da hinten geradeaus. Lass sie mal leben. Welchen? Geradeaus an dem Baum. Den sieht man jetzt nicht mehr. Aber lass sie mal am Leben. Äh, lass uns irgendwo ans Plateau hingehen. Und da... Nee, erst Wasser, erst Wasser. Ich brauch dringend Wasser. Ja, dann trinke ich auch mal ein Stück. Pass auf, da könnten Piranhas drin sein, ne? Die attackieren dich, sobald du schwimmst. Raus, 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 raus. Ja, ähm... Wo soll... Also, ich finde das eigentlich hier ganz geil, ne? Auf dem Plateau wäre sicher. Außer man springt da runter, ne? Alt, das wäre so logisch. Also, hier wollen wir unser Haus bauen. Ähm, ja, wir können ja hier erst mal unsere erste Base bauen. Mein Gott. Ja, weil ich finde das ganz geil, dass es von Klippen halt so umgrenzt ist. Da kommt halt keiner so leicht runter. Ich hoffe halt nicht, dass wir so viele Fleisch... Noi. Das ist einfach übel perfekt. Ne, es sieht eigentlich ziemlich safe aus. Außer der Fleischhusser unten, aber... Guck mal, da sind zwei Fleischhusser. Wenn wir die ziehen könnten hinterher, wären die richtig nice, glaube ich. Diese kleinen Viecher, weißt du? Äh, ja, lass es jetzt hier erst mal bauen. Ja, erst mal Datchfarm. Kannst du schon Datch, äh, ähm, Dingsen? Kann ich lernen. Kann ich lernen. Ich hab direkt das nächste Level, ob das geht so. Wahnsinn, schnell. Oh, Leute, ich hab auch eins. Ich geh mal... Ich warte noch mit einem. Ich geh auch am Anfang erstmal auf Gesundheit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wo war ich schon Metal? I'm Metal. Du hast schon Metall? Ja, du erforscht wieder hier Bauzeug. Ja. Leute, du hast Metall, wie kannst du so schnell Metall kriegen? Abbauen. Ja, aber was sind das für eine Chance? Und das ist der sehr, sehr geringer. Ja. Nice, Tobi, wir sind richtige Rusher jetzt. Sollen wir direkt so ein Metal-Haus bauen? Ja. Alles klar. Ähm, wolltest du, Tom, ich brauch dich jetzt hier langsam. Ja, ich... Ich... Ich baue gerade Datch up. Tut mir leid. Ich will ein Haus bauen. Flug-Ekel-Vieh. Ja, aber das Flug-Ekel-Vieh. Soll ich auch das in der Setsch oder direkt Wood? Nee, äh, Datch. Ah, nee, Wood brauchen wir, glaube ich... Nee, farm erstmal Datch. Ich weiß gar nicht, ob wir Wood braucht. Moment, ich guck mal kurz nach. Ich hole Wood. Ja, wir brauchen Wood. Aber nicht viel. Ich hole Datch, du holst Wood. So, machen wir's. So, Leute. Solche Farm-Phasen, äh, werde ich dann... Oh, oh, oh. Wirst du angegriffen? Ja, von diesen Mini-Viechern. Oh nein, mein Speer ist kaputt. Oh, ich könnte doch Hilfe gebrauchen. Ich komme. Von diesen Kompis? Ja, ich bin gleich tot. Wo bist denn du? Wo bist du? Wo bist du? Oben. Tobi, nicht sterben, nicht sterben. Renn weg. Nein, nein. Ich fress mir Beeren rein. Hier. Wollen wir? Ja, wo sind die? Die sind irgendwo hinter mir. Vorsicht. Die siehst du halt kaum. Da sind sie. Wow, wie viele. Tobi, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Oh nein. What the fuck? Wie die abgehen. Oh nein. Ja, dann... Wir müssen ja wieder hin. Egal. Ich brauche Hilfe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich brauche noch... Okay, Wood brauche ich noch. Ich brauche noch Heid. Also ich muss Tiere töten. Eben. Ja, ja. Aber nicht an die Affen. Vorsicht, da unten sind die Parasaurier. Äh, die Mini. Viecher, warte auf mich. Wo sind die? Ungefähr? Da, wo du jetzt gerade bist, waren die. Ich habe wieder einen Dodo geschlachtet, ne? So, komm mit. Ja. Ist hinter mir? Willst du die jetzt töten, oder was? Ja. Ich hatte zumindest nicht... Äh, nein, Tobi, komm. Wir machen erst ein Bett. Sonst passiert das gleiche nochmal. Ja, aber ich brauche eh das halt. Ja, aber wir machen erst... Äh, dann gehe ich erst an den... Ja, okay, komm, die waren noch weit weg. Mein Gott. Ja, okay. Ich fahre mir eben hier. Gut. So. Ich hätte dich halt trotzdem gerne hier. Ich bin doch schon da. Da unten sind ganz viele Dodos. Direkt hinter dir bin ich. Komm, wir gehen an den Strand, da sieht man die Bisse. Ja, ich töte hier. Da hinten ist einer. Ja, ich seh's. Okay, komm, am Strand, am Strand. Da kommt er. Die anderen werden dann auch kommen. Ja, da kommen sie von links, von links. Von links? Und von dem noch. Stech zu. Hab einen. Ich hab auch einen. Nein, mein Schwer ist kaputt. Geh weg, geh weg, geh weg. Alles gut, alles gut. Ich kill die. Pass auf, Tobi. Stech mich nicht ab. Ja, das war easy. Okay. Okay, sammle das halt. Und hol den Dodo. Und hol den Dodo, genau. Sehr gut. Mein Schwer ist leider kaputt, aber den kann ich. Also, geh mal alles halt, was du hast, bitte. Ja, kill bitte nicht die kleinen Fleischfresser, falls du das so noch nicht getan hast, weil die Kilo gut brauchen. Geschafft. Heid. 13 Stück hab ich. Okay, und einmal 50 Datch. 50 Datch, da hast du's. So, dann mach ich mal die letzten. Okay, ich will noch 3 halt. Shit. Dann mach ich mal die letzten 2 Walls. Ja, willst du noch eben mitkommen? Damit wir auch eben ein Bett haben. Ja, dann muss ich mir eben den Schwer machen. Was fehlt mir dafür? Ähm, gut. Das ist kein Problem. Ach, du Scheiße, Mann. Wir brauchen nur noch 3 Datch, dann hab ich's. Ähm. Hast du jetzt, achso, 3 Datch und Heid noch. Da hinten ist ein Dodo, den hol ich. Dann hast du genug Heid. Äh, ja, soll ich den dann besser holen? Dann brauchen wir uns das nicht immer zuwerfen. Ja, aber ich töte den. Penner, ey. Wieso ist mein Schwer direkt wieder kaputt, Alter? Ich hab den gerade neu gemacht. Ah, das ist der Nachteil und solchen Ekelviechern da. So, okay, lass mich abbauen. Ja, ja, bau ab. Ich hol mir gut. Nice, ich glaub's. Torben, wir gehen zurück zur Base. Jetzt. Machen wir. Wo waren diese Ekel? Okay, komm, 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 komm. Torben! Ja, mein Haus! So, okay. Los geht's. Ähm. Ja, dann haben wir jetzt ein Haus. Und tatsächlich mit Bett. Also. Und in 30 Minuten. Ja, würde ich sagen, das war eine gute erste Folge, ne? Oh, ich starve. Ja, komm her, komm her. Ja, nee. Ich hab eh wie viele Berries. Ey, wir haben so viele Berries. Wir sollten damit gleich ein Dino zähmen. Ja, guck hier. Guck hier rein. Ja, Moment. Kein Feuer. Okay. Wir bräuchten halt echt so eine Art Kühlschrank, wo wir unsere ganzen Sachen reintun können. Also irgendeinen kleinen Dino oder großen Dino direkt. Klingt... Komm, ich mach mal so eine Schleuder. Dann können wir uns direkt auf die Jagd machen. Ja, aber Tom, ich würde sagen, das machen wir in der zweiten Folge. Ja, das stimmt. Aber ich brauch Heid. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ein Heid. Ein Heid. Ja, du stiegst aber im Bett. Ach so, dann schließen wir die Folge mit dem Bett ab und dann mach ich die Schleuder direkt in die nächste Folge. Das passt dazu. So, Leute. Wir sind sicher in unserem Haus in einem wunderschönen Tal. Ich bin ein anderes Märchenwald. Ja. Und sicher vor Dinos, Leute. Das ist wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge von ARK. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da und abonniert, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann morgen wieder natürlich mit mir und Tobi. Bis dahin. Haut rein und tschüss. Ciao.